Ja und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich wollte eigentlich gerade hier die Gang kaputt machen, aber das sind Valentinos. Und nun ja, Jackie. Also wir waren ja gerade bei Jackie. Bei der Ofrenda. Und daher möchte ich nicht unbedingt diese Valentinos angreifen hier. B, hey, es ist Kirk. Wie geht's, mein Chum? Chum? Sure you don't got the wrong number? Seem to recall the last time I saw your face. It had my fist planted in it. Ah, you know, what's past is past. What's more important is the sweet gig I gotcha. Quick and easy buck. Swing by the coyote and I'll tell you about it. First round's on me. Well, what do you say? Achso, das war der. Äh, ich weiss ja nicht. Wir können uns theoretisch mal anhören, aber... Ich kann's ja auch mal noch ablehnen. Ich hab immer gesagt, du warst smart. Du sagst viele Dinge, Kirk. Pure Bullshit inkludiert. Oh nein, V, nicht diese Zeit. Diese Zeit ist alles so, wie es sein soll. Bestimmt nicht zu lange auf diesem Weg. Later. Na ja, mal schauen. Ich kann's ja immer noch ablehnen und nicht machen. Wenn ich's scheiße finde. Was habt ihr denn hier Schönes? Gehört das hier hin? Er war ein Rowdy. Von den Walandinos. Okay, ich würd sagen, dann gehen wir halt nochmals zurück. Ins El Coyote. Und schauen mal an, was Kirk zu sagen hat. Kirk hat dich angerufen, um dir einen Job anzubieten. Lass mich raten, diesmal wird alles gut laufen. Kein Risiko. Absolut sich und leicht verdiente Eddies. Was könnte da schon schief gehen? Na ja. Werden wir sehen. Ich weiss, ich kann eigentlich... Hallo? Einen Levelaufstieg machen. Aber ich warte gerade einfach noch. Und mache das zum späteren Zeitpunkt. Aber jetzt mal schauen, was Kirk zu sagen hat. Wir waren ja zwar gerade eigentlich hier. Aber dann halt nochmals. Ja. Look who it is. How do you feel? I lost myself. How am I supposed to feel? Ja. Dove vragen. I... I... I'm sorry, Bea. I shouldn't have... I... It's just... I don't even have his body. They say that funerals are for the living. On the date. How can I say goodbye, if I can't even give him a proper funeral? My own son. It's okay. I'm all well. So... I... I can't talk about this now. Okay? Okay? So, meint sie jetzt, weil... Sie bloß die Asche hat, oder, äh... Weil eigentlich hat ja... Ähm, der Delowayn hat ja... Delowayn hat ja eigentlich... Check here henge bracht. Ever talked to Misty in the end? I did like you said. I invited her over for dinner. And? She's so skinny. What of that? Know what she looks like. Not what I'm asking. Hmm. She's a little bit, äh, exentrika. Said my home sits on a natural energy source. But I think I know why, Jackie. She's a nice girl. We exchanged numbers. Okay, etwas weird im Zusammenhang, dass ich gerade erst hier war. Aber okay. Und... Das ist doch schön zu hören. Anything interesting happening in the area? Interesting. Around here. Hm. Not one single thing. That's why the kids, they join gangs. No jobs. No future. And where they end up? Behind bars. Or in the ground. This neighborhood died a long time ago. Was je nicht unrecht hat, hat sie recht. Have a drink. Ahí viene. Ah. Äh. Ne, ne, alles gut. Aber du kannst gerne meinen Chunk haben. Hm. Bye, Mama Wells. Was du nicht sagst. Echt schade. Echt schade. Oh, es ist Mom Wells holding up. Physically? Never better. On her feet from morning to midnight. Coyotes praktically sparkly. But, äh, mentally, yeah. It's not to say. It's not like she keeps it written on her face for all to see. It's not like she keeps it written on her face for all to see. Sie versuchen das zu unterdrücken. No. V, you never learned, do you? Oh, is it Chad time? Uh, come on. Hit me with those pearls of wisdom. Get the silver one. You laugh, but 50 years in purgatory? Enough time for a guy to get his head on straight. Come to some conclusions. Namely... People don't change. Especially not people like Kirk. Think I don't know. My Lend and Kirk cred for a new Kuroshi. Are we going into biz together? No. Course something stinks. But in this town, can't just wrinkle your nose and look the other way. Gotta find what's stinking up the joint and why. Otherwise, we'll step right in it. Came up in these streets, Johnny. Can take care of myself. Sure, hope so, V. Ich hoffe irgendwie, dass wir diesen Job vielleicht annehmen und dann Kirk selber in die Scheisse reiten. Da würde ich mich drüber freuen eigentlich. Aber lass mal hören. Hey, Kirk. Been a while. V? Holy shit. Barely recognize you. See, you haven't changed. Not a single bit. Huh. You know me. I'm old-fashioned like that. Slow and steady wins the race, huh? So come on, sit down. I'll spill you the deets. Start talking. All right, all right. Listen. Job's simple. Got a van standing not far from here, brimming with merch worth fat digits. Driving to the border tomorrow, but a lot of things could happen before then. You feel me? Specifics, Kirk. What's in the van? Militech Implants. Experimental series. Shit you can't get on the street. Straight out of some lab in Shanghai. And who does it belong to? Jesus, V. Who the fuck cares? Once we take it, it's ours. So? Can I count on you or not? Best of us? No. Bye, Kirk. Find another Gonk, um your dirty work to do. Wait, V. Just think about it. Job's a done deal. Swear on my mother's life. Ich würde ihn ehrlich gesagt so gerne umbringen. Aber ich glaube, das darf ich nicht. Kirk, Sire. Big Joe. Er hat mich schließlich in die Scheiße geritten. Aber durch ihn haben wir eigentlich auch einen Checky kennengelernt. Aber ich... Nee. Ich wollte es mir nur mal anhören, was er zu sagen hat. Wo ist eigentlich unser Auto hin? Happy Joe. Okay, der spricht mit den Polizisten. Beat on the bread. Findet den Ring, Kapugi. Was ist das? Naja, möchte ich nicht unbedingt machen. NCPT-Überfang gange. Könnten wir machen. Ansonsten gibt es da noch ein paar Dinge. Ring wieder hoch. Okay. Manantinos. Weiß nicht. Manantinos. Ah, das sieht nicht so gut aus. Bin ich hier richtig? Ich glaube schon. Locked. Me. Ja, das sieht nicht so gut aus. Noch mehr Tote. Lass mal kurz schauen. Okay, vier Leute. Sollte eigentlich machbar sein. Oh ne, hab ich jetzt noch Muppin gemacht. Oh shit. Mir fällt gerade erst jetzt auf, dass mein ganzer PC sich in der Optik leuchtet. Also, wegen Racer-Stuff. Wegen Racer-Stuff. Okay, der Schauscher-Stuff ist jetzt ein Problem. Shit. Holy moly, der Schauscher-Stuff. Holy moly, der Schauscher. Okay. Ich bin ein bisschen gut. Watten Sie. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein. Und dann. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Die Waffe verzieht einfach mega. War's das? Ich glaub, das war's. Immer schön die Leute ganz umbringen, sonst, äh... Sonst hab ich hier ein Problem. Mit mir selbst. Ops, sorry. Das nehm ich gleich. Okay, sonst gibt's hier, glaub ich, nix mehr. Ach, hier wird das Gespräch, Felix und Quincy. Q, irgendwas stimmt nicht. Ich spüre es. Ich kann nicht schlafen, meine Beine kribbeln. Ich schwör's dir. Da braut sich gerade irgendeine Scheiße zusammen. Wir müssen rauskriegen, was die Valentinos vorhaben, sonst ficken die uns ohne Gleit gehen in den Arsch. Amen dazu. Also, ich hab mich mal ganz nett mit ein paar Jungs... Paar ihrer Jungs unterhalten, aber die haben den Scheiß gewusst. Die ganzen, ganz großen Pläne sind dem Fussvolk wohl noch nicht offenbart worden. Muss schon zugeben, die Jungs haben's mir nicht einfach gemacht. Haben... Haben ein paar Wochen durchgehalten, bevor ich was aus ihnen rausquetschen konnte. Und dann... Hab ich ihnen eine Bewertigung spendiert. Okay, zurück zum Thema. Es gibt da diesen Schuppen, das Coyote. Hast vielleicht schon davon gehört. Na dem steht eine Antenne. Wenn wir uns da reinklinken, ein bisschen Mailware installieren, etc. Können wir vielleicht ihre Anrufe abhören. Na, ist nicht schlecht. Schnapp dir den besten Runner, den du so auf dich schnell erkriegen kannst und kling dich da ein. Aber pass verdammt nochmal höllisch gut auf, okay? Feindliches Territorium und so. Keine Sorge. Das höre ich gern. Viel Glück da draussen. Das war dann wohl die Antenne hier. Oder die Antenne. Das war die Antenne. Ein schönes Gewicht. Lass mal sehen. Data Mining, Data Mining. So. Auf jeden Fall zwei Stück mitgenommen. Und dann haben wir das hier auch schon wieder erledigt. Wir können hier schon wieder verschwinden. Okay, wait. Oh, fuck. Okay, so tief wollte ich nicht fallen. Ich wollte nur schauen, ob es da was gibt. Spannendes, aber es sieht nicht so aus. Das haben wir erledigt. Das haben wir erledigt. In 2077, sie verletzten, die meine Stadt, die peinste Raum zu leben. Im Amerika. Die Hauptsache Situation. Die Höhe von Händen. Die Höhe von Händen. Und mehr Menschen leben unter der Pohrstex-Line. als woanders. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Samurai We have a city to burn